Wenn ihr zu Hause klugscheißer seid, sagt, ey, ich will gutes Gameplaying sehen, schalt um, schalt jetzt ab, weil jetzt geht einer ins Spiel, der von der Straße kommt. Also, eine Taste hab ich schon mal verstanden. Ruhe jetzt, Chat. Ja, also, geht doch, ich bin gelaufen, hast du gesehen? Oh Gott, oh Gott, eigentlich ist das ja, das ist ein Kinderspiel, wisst ihr warum? Weil da, du, du läufst einfach drei Schritte und es kommen direkt Filme. Ihr verarscht mich, Alter, ihr lasst euch von allen Streamern verarschen, ne, Gameplayer, ich kann's, ich bin's. Fuck you, es kommen einfach die Filme abgespielt. Wie öffnet man eine Tür? Nicht die Tür. Bin ich gut dabei, Chat? Ach so, Pfeil hoch, um Handy. Ach so, was hat der für ein Handy, Alter? Ach so. Boah, okay, steht hier oben links alles, was man machen muss. BAM! Mission, ich hab's gleich erledigt, ne? Was jetzt? Ja! Wieso? Wieso? Steht doch da. Wieso? Ja, aber wo soll ich hinschießen? Hä? Ich hab extra erst nach links geschossen, damit ich ungefähr weiß, wohin ich ziele, weißt? Ja, ja, klar, hab ich keine Rechte. Ja! Mann! Was wollt ihr? Ja! Ja! BAM! We keep going forward. What the f**k is this? BAM! bites Kuhdecken Drecksau Du Drecksau BAM LÖGE Ich will den Killer Kuhdecken Drecksau am Tor Nein Hast du gesehen wie ich übers Auto geschossen hab Wer hätte gedacht, dass ich nach 3 Minuten, 4 Minuten so bin Oh, jetzt kann ich sein Oh, jetzt kann ich sein Ich war nicht schlechter Move, move, move So macht die Kuh Jawoll Ey, ich komm klar Merkt ihr das? Ich komm echt klar Also Maus würdest du gar nicht benutzen Ja Okay, weg Oh, fuck Hä, und jetzt Mann Mein Auto ist umgekippt Ja, du musst länger eine Richtungstaste halten Also A oder D Und dann drehst du dich wieder auf die Räder Wo ist denn das Gelbe? Hä? Sag mal Warum fährt denn jetzt die Straßenbahn rein? Kinder 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 Was macht der kleine Junge da? Habe ich es geschafft, Mission? Sind wir durch? Kann ich mich jetzt bewerben für Immortal Romance? Die Kippe aus Wer ist tot? Wer ist tot? Der Junge, ne? Der kleine Junge Durchgespielt Ist das Spanien oder was? Despacito Americani gotta despacito Okay, ruhig, Chat Eis verkaufen Los Angeles ist das Santa Monica Beach Da war ich schon Das ist Los Angeles Gell, habe ich recht? Knüppel Wie kann ich Katze streicheln? Oh Twitch, dafür kann ich nichts Das tut mir leid, davon distanziere ich mich Oh Hoppla Oh Hau ab Du Arschloch Nein Geht doch wieder heim, Mensch Da gehört Mann Ich will doch nur ein bisschen probieren Ey, vielen Dank Peter für 5 gegiftetes Subspeed Das Spiel ist brutal, ne? Guck mal, wie ich fahr 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 Warum blinkt der auch nicht, der Idiot? Woher soll ich es denn wissen? Hier los Bruder, Universal Studios Aber ich fahr nicht schlecht, ne? Ah, da ist er Da ist er doch Hupna Weißt du, was sie vergessen haben? Vögel gezwitschert Hast du gesehen? Mann, fahr mit deinem Scheiß U-Turn, mach ich auch manchmal Oh Baby, den kann ich Haps Drei Versuche geht Jetzt zeig ich euch, wie man wirklich flüchtet So geht das Monster Stunt Das hat Marcel noch nie geschafft Hier, irgendwo geht's rein Moment Momentchen Hier ist irgendwo die Einfahrt Ja Ey, fahr nicht so dicht hier auf mich drauf Gleich hupen die Arschlöcher Kennst du die? Die direkt hinten Ihhh Gerade grün geworden Ihhh Ich muss Baustelle Halt's Maul Ja, er ist nur ein schönes Hemd Wie mein Bio-Lehrer Herr Schmidt Weißt du warum? Weil ich meinen Bio-Lehrer IMMER tyrannisiert habe Und ich denke oft an ihn, ne? Der hat zwar das Hemd Aber auch immer vorne in die Jeans gesteckt Und vorne war immer so ein Dreieck offen Weißt du, wo wir so die Bauchbehaarung rausgeguckt haben Und die waren irgendwann lang wirklich wie Dreadlocks Deswegen werden sie dieses Hemd Wird sie ehren Oh, guck mal was da steht Lamborghini Hey Schmaul jetzt Oh, Baby Oh, Baby Der fährt ganz anders Der hat nur noch einmal voll gedimmt Oh, krass Oh, shit Das war Schleudersitz Oh, bleib Falsche Knopf Mein Auto Auf einmal Alter, da siehst du Gebrauchtwagen Weißt du warum? Hatte vorher eine rote Lackierung Gefällt mir nicht mehr das Auto wegen dem Rot Bisschen Joggen gehen mit meiner Madame Ui Komm Kann man hier einen Käffchen trinken? Wie kann ich mich jetzt hier hinsetzen? Hey, was will der denn? Bist du denn für einer? Was willst du denn? Was soll das denn? Hör auf Ich hab gar nichts gemacht Ich hab ihm nichts gemacht Komm, renn Renn, renn Gleich hast du mich Komm Komm Hins mich noch Ich will Motorrad mal fahren Einmal kurz Moment Aber der ist ja jetzt nicht tot, oder? Nein, der schläft nur kurz Und dann holt er sich Samu Tora wieder Ja, der wackelt noch Okay, wir gehen Beach Ich muss umdrehen Boah, hast du gesehen, wie dem seine Frau mich angeguckt hat und auf dem Beifahrersitz Die denkt auch Guck mal Wieso bin ich eigentlich seit 20 Jahren mit Harald zusammen Wenn es auch hier Nick Carter sein kann auf seinem Moped Boah, guck mal Boah, guck mal Boah, Baby Das da vorne ist Baba Gump nochmal Was ist es hier im Spiel? Mann, ne Wer war es? Aber guck Ich sehe Ich sehe, dass du es warst Hast jemand hier sich umdreht Komm her Mit deinem Rucksack Bleib stehen Was soll das? Ich hab gar nichts gemacht Mit deinem Rucksack Meinst du, er hat Angstgefühle? Ob er jetzt denkt, sei denn gestellt Bleib doch einfach hier Ich will doch nur mit dir reden Gar nichts Stehenbleiben Hallo Hallo, sagt die zu mir Hallo I like Kurzhaarschnitt I can really For me, neue Erfahrung Boah, ne Touristin Mein, das wollte ich nicht Nee, Entschuldigung Nein Ich will dir gar nichts machen Ich will dir nichts machen Mann Selbstmord Baby Guck dir das an Korallenriff Die haben sogar unten diese Dinger gebaut Mann Ich drehe aber auch nur ein Fettnäpfchen So, jetzt passen wir auf Jetzt wollen wir erstmal hier Fernglas Guck doch mal mich Guck doch mal mich, Diana Hier bin ich da Dein Rand Ich muss Eindruck machen für die Frau Hey, Diana Ich beschütze dich doch Ich hätte es nicht gedacht Weißt du, dass ich mit Tastatur Dass ich überhaupt so klarkomme Du weißt selbst Naja, ich bin immer pessimistisch Schöner Roller Okay, das wusste ich nicht, dass ich, ähm, dass du keine fünf Meter oder drei Meter springen kannst, ne? Muss ich mit? Ja, ja, steht unten Folge Ja, ja Stopp Sag mal Das kann ja nicht dein Ernst sein Das kann ich so Das kann ich so Wenn mich gebraucht ist, sind sie auf einer Eben Drecksau Hab sie alle Rennen Was ist der Frauenschuh? Der Stripclub Aber da nicht rein Das ist nicht so gut für dich, glaube ich Wenn das noch aktuell ist Gucken Bruder, wie in Hamburg Wie ich's kenne Vor Susis Nur mal kurz ums Eck gucken Geldautomaten Das sind doch nur meine Brüder Der Rest ist wohl noch in Ordnung Oh Ah ne, die sind Weil da sieht man Nippel, glaube ich Die sind obenrum frei Bist du untenrum frei? Was ist? Was guckst du? Ich spiel hier ein Spiel Ich guck mal so erstmal, weißt du Bevor wir Das ist doch das Spiel Ich muss doch da die Mission machen Was macht die denn da? Das ist doch das Spiel Das ist ein Zirkus, wo ich hier bin Schatz, ich bin im Zirkus Die macht da Akrobatik Oh, jetzt kommt eine Drücke E, um die anzunehmen Ich nehm die mal an Die standart Nee, kein Vorredenz Wieso? Nee, 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 nee Ich geh dir hinterher Die sagt, ich soll mit Ach du Scheiße Ja Ich sag ja Nicht dein Ernst Das ist nicht dein Ernst Sag es dir noch Das ist nicht dein Ernst Schatzi, das kann es nicht sein, gell? Das ist nicht schlimm Das ist ein Game Das darfst du nicht zeigen Okay, ich hab's ja abgeschickt Ich hab genug Oh shit, das sind ja richtige Brüster Ganz ehrlich Es ist wirklich krass Okay, raus hier, komm Ey, das war wirklich Es war aber wirklich Ich war ja mal Nein Nein, im Separee nicht Ja, im Strip-Club war ich auch Wieso warst du im Strip-Club? Ja, reinschnuppern Was für reinschnuppern Was hier? Da war ich der Junge cool, ja Ich fahr jetzt hinter der Bahn hinterher Weil da hast du immer Hast keine Probleme, weißt? Dream! Oh shit, nein Oh nein Oh nein Oh 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 Gott Mann, du Mach hier doch nicht den coolen, komm raus Wie komm ich wieder raus? Einfach weiter durchfahren Jetzt Aber ich fahr gut, ja Kommst du so genannt Nee, das Punkte brauchst Guck mal Ich fahr so gut Und ich brauch auch Weil diesen Zusatzführerschein Wohnwagen, weißt? Da musst du auch rückwärts Viel so einparken können Und musst du quer denken können Und das ist eine gute Übung Und du lernst die S-Taste Das ist mein Bild Scheiße, Dutschi Ich komm nicht mehr raus Der dreht durch Ich häng in den Gleisen fest Oh, bist raus, glaub ich Ja, wie komm ich wieder rein? Der fährt nicht Der dreht durch Der Zug muss kommen Mich rausholen Mit W und S auch nicht Ja, 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 ja Mann W und S Ja, zusammen und dann lenken Das ist der Arsch unten Fast gestorben Der Liefermann Okay Ey, ohne Scheiß-Jit Da kann ich nichts dafür Da kann ich nichts dafür Also ich glaub Das ist ein Bug im Spiel Das hat man noch nie gesehen, glaub ich Ich bin der Erste, der, glaub ich Das aufgedeckt hat Eigentlich für einen Menschen Logisch erscheint Da durchzufahren Aber für einen Menschen Dann doch nicht machweist Alge Alge